Heute geht es um die Funktion einer Flachdübelfräse. Ja, ich habe hier zwei Exemplare und ob die was taugen bzw. ob eine günstige Variante einer Flachdübelfräse genauso viel taugt wie eine hochwertige, teure, das erfährst du in diesem Video. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht es um die Funktion einer Flachdübelfräse. Viele kennen es auch wahrscheinlich als Nutfräse oder vom Erfinder benannt Lamellofräse. Ja, die Lamellofräse bzw. die Flachdübelfräse wurde, ich glaube, 1950, 1955 so erfunden. Ich werde euch mal einen Link unten in der Videobeschreibung hinzufügen, da könnt ihr das Ganze mal nachlesen. Ja, so ein Gerät ist in einer Werkstatt, in einer Holzwerkstatt sehr, sehr nützlich. Man kann damit wirklich sehr, sehr viele Verbindungen ausüben, stumpfe Verbindungen vor allem. Und wie ihr das Ganze macht bzw. was ihr damit machen könnt, das zeige ich euch heute. Also in der Regel könnt ihr damit stumpfe Verbindungen machen. Das heißt, ihr habt Plattenmaterialien. Hier haben wir beispielsweise Multi von 18 mm Stärke. Ihr könnt natürlich auch Leiholz nehmen, Vollholz, ihr könnt Kanthölzer nehmen. Das alles könnt ihr miteinander stumpf verbinden. Die einfachste Verbindungsart ist mit einer Lamellofräse bzw. mit einer Flachdübelfräse die stumpfe Eckverbindung. Damit könnt ihr zwei Plattenmaterialien auf Ecke verbinden. Das ist die einfachste Verbindungsart und auch sehr, sehr einfach zu fräsen. Die zweite ist einfach die T-Verbindung. Somit könnt ihr ein Stück Holz bzw. einen Plattenwerkstoff in einer Mitte von einer Platte befestigen oder verbinden. Eben eine T-Verbindung. Danach gibt es noch eine 45 Grad Verbindung. Diese ist auch stumpf. Das heißt, ihr habt ein Stück Holz. In diesem Falle haben wir jetzt hier ein Kantholz bzw. eine Eichenbowle, die auf 45 Grad geschnitten worden ist. Und dort hinein haben wir eine Fräsung vorgenommen mit der Flachdübelfräse. Und dann könnt ihr einen Flachdübel hineinsetzen und habt auch hiermit eine 45 Grad Verbindung erschaffen. Warum ist das Ganze für vor allem Einsteiger eine tolle Verbindungsart? Das Ganze ist relativ sehr, sehr günstig in den Anschaffungskosten. Also es gibt wirklich Maschinen. Beispielsweise diese Maschine hier. Die gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Die liegt glaube ich jetzt bei 70 Euro aktuell. Und es gibt nochmal eine günstige Variante von der Firma Wolfkraft. Das ist einfach nur der Aufsatz für so eine Flachdübelfräse. Den könnt ihr zum Beispiel an einen Winkelschleifer montieren. Das Ganze ist sehr, sehr einfach und auch für Anfänger zu empfehlen. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte mir jetzt nicht eine Maschine kaufen, da ich die vielleicht nur einmal im Jahr benutze, reicht hier so ein Aufsatz von der Firma Wolfkraft auch ideal aus. Wie gesagt, das Ganze ist sehr, sehr simpel zu bedienen und funktioniert genauso gut wie diese Maschine hier oder wie eine Maschine, die 500, 600 Euro kostet. Denn solche Flachdübelfräsen gibt es natürlich von einer Preisspanne von 70 Euro bis hoch. Ich weiß es jetzt nicht mal so ganz genau. Ich glaube, 500, 600 Euro kann man dafür schon ausgeben. Und ich finde, das ist als Einsteiger wirklich enorm. Also eine sehr, sehr große Preisspanne. Ich bin jetzt zwar kein Einsteiger mehr, aber ich habe mich auch für diese günstige Variante entschieden, um euch mal zu zeigen, dass ihr damit auch wirklich tolle Ergebnisse erzielen könnt. Vor allem, wenn ihr jetzt so eine Maschine vielleicht zwei, dreimal im Jahr bedient, dann reicht so eine günstige Variante hier vollkommen aus. Und so eine Flachdübelfräse, was macht diese? Die fräst einfach einen Schlitz in den Plattenwerkstoff oder einen Holz, Massivholzwerkstoff hinein, um damit dann solche kleine Flachdübel hineinzusetzen. Diese gibt es in unterschiedlichen Größen. Es geht los bei 0, dann geht das Ganze weiter mit 5, 10 und 20. Das sind so ganz kleine Federn, die aus gepresstem Material bestehen, die eine ganz, ganz leichte Struktur haben. Und diese Struktur ist dazu da oder dient dazu, dass wir eine größere Leimfläche erzielen. Umso mehr Fläche ich erziele, umso mehr Leim kann das Ganze dann aufnehmen und umso mehr Verklebungsfläche habe ich und umso stabiler ist dann letztendlich unsere Verbindung. Ihr könnt natürlich auch zwei Plattenmaterialien einfach stumpf aufeinander mit Leim verkleben. Das würde auch halten. Aber wenn ihr dann noch einen Flachdübel hineinsetzt, dann habt ihr viel, viel mehr Verbindungsfläche und somit hält die Verbindungsart viel, viel mehr aus. Kommen wir nochmal auf den Thema Flachdübel zurück. Solche Flachdübel gibt es mittlerweile auch in Kunststoff. Das heißt, ihr könnt eine Verbindungsart erschaffen, die ihr auch wieder auseinandernehmen könnt. Also, wie ihr merkt, wird das Ganze stetig ziemlich weiterentwickelt und das ganze System hat sich wirklich auf dem Markt bewährt. Was ich euch noch empfehlen kann, ist, kauft euch wirklich große Mengen von solchen Flachdübeln, ob 10er oder 20er. Ich arbeite am liebsten mit 20er Flachdübeln, denn die ganzen, ja, wenn man damit viel arbeitet, verbraucht man auch viel. Ich habe zum Beispiel letztens mit Steffi zusammen ein Highboard gebaut und dort haben wir auch diese Variante mit den Flachdübeln verwendet. Sehr, sehr einfach umzusetzen. Es hat wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und das Schönste an dieser Verbindungsart ist eben, man sieht das Ganze nicht. Und wie der Name es schon sagt, eine Flachdübelfräse ist eine Fräse. Die hat hier ein Fräsblatt drin oder einen Fräser. Sieht so ähnlich aus wie ein Kreissägeblatt. Das Ganze hat eine Stärke von 4 mm. Die Flachdübel sind letztendlich auch 4 mm stark. Und das Ganze funktioniert auf der Basis, naja, von einem Winkelschleifer. So eine Art ist auch ein Winkelschleifer aufgebaut, beziehungsweise bei dem Aufsatz von der Firma Wolfkraft. Da könnt ihr einen, oder da solltet ihr einen Winkelschleifer nehmen und dann könnt ihr das Ganze miteinander verbauen. Und hier ist es so, ja, dass es im Grunde ein Winkelschleifer ist, der umfunktioniert worden ist als Flachdübelfräse. Des Weiteren haben wir natürlich hier vorne noch einen Anschlag. Mit diesem Anschlag, das ist im Grunde hier unten der Anschlag Tisch. Und dann habt ihr noch einen verstellbaren Winkel. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Das heißt, bei manchen Herstellern ist es so, dann müsst ihr diesen Anschlag separat anbauen, wenn ihr zum Beispiel 45 Grad Verbindung verbinden möchtet oder mal größere Platten habt, wo ihr beispielsweise den Anschlag Tisch oder den Auflagetisch der Fräse nicht auflegen könnt, sondern ihr müsst das Ganze dann in der Luft fräsen. Dazu könnt ihr den Anschlag verwenden. Der ist jetzt hier bei dieser Maschine integriert, könnt ihr einstellen. Natürlich ist das Ganze hier nicht exakt genau auf dem Grad genau. Das heißt, diese Einstellfunktion ist so ein bisschen ungenau. Aber das ist mir ehrlich gesagt recht. Also für den Preis nehme ich das gerne in Kauf. Des Weiteren hat so eine Flachdübelfräse hier vorne noch ein Einstellrad beziehungsweise hinten aus Kunststoff. Damit könnt ihr die Stärke der Flachdübel einstellen, je nachdem, was ihr fräsen möchtet. Und ihr könnt den Anschlag von der Höhe nochmal verstellen, je nachdem, was für eine Dicke ihr von Plattenmaterialien fräsen möchtet. Des Weiteren haben wir hinten nochmal einen Staubsack, den ihr öffnen könnt und dann ausleeren könnt. Das Ganze ist eigentlich sehr, sehr hilfreich. Nur, naja, so ein bisschen kritisch. Ich habe, wie gesagt, oder wie bereits erwähnt, habe ich ja letztens ein Projekt gemacht gehabt mit Steffi. Und da ist natürlich nicht alles glatt. Also guckt euch das Projekt mal an. Ist ganz witzig. Und ich habe mich da auch ein, zwei Mal verfräst gehabt. Und was macht man dann, wenn man den Leimvorgang, also mitten im Leimvorgang ist? Man fräst natürlich mit der Fräse nach. Und wenn schon Leim vorhanden ist, geht der Leim natürlich in die Fräse hinein und verstopft dann den Ausgang, also den Trichter hier. Und ich habe das Ganze dann natürlich aufgeschraubt. Und man kann es auch sehen, dass hier wirklich Leim sich festgesetzt hat. Und dadurch ist die Absaug- oder die Absaugfunktion nicht mehr richtig gewährleistet. Und das Ganze funktioniert jetzt mittlerweile wieder ziemlich gut. Ja, mehr ist eigentlich hier nicht dran. Wir haben hier noch einen Haltegriff. Und das Ganze ist eigentlich wirklich ziemlich einfach zu bedienen. Wir haben zwei Punkte, wo wir die Fräse ansetzen können. Einmal können wir die hier außen ansetzen. Dann ist das Ganze bündig. Das heißt, ihr nehmt einen Plattenwerkstoff, legt die Fräse außen an, könnt das Ganze fräsen. Oder ihr macht euch einen Strich auf dem Werkstück. Und dann könnt ihr in der Mitte hier, es sind auch zwei Markierungen an der Fräse, und da könnt ihr dann die Fräse anhalten und dementsprechend euren Schlitz fräsen. Und zur Hilfe habe ich mir hier so einen Anschlag gebaut aus Multiplexplatten. Einfach eine Anlagefläche mit zwei Schraubzimmern auf der Werkbank fixiert, um das Ganze dann einfacher umzusetzen. Ich werde mit euch jetzt mal was fräsen, beispielsweise eine stumpfe Eckverbindung. Das Ganze ist eigentlich sehr, sehr einfach. Nehmt das erste Werkstück, was ihr habt, verbinden möchtet, nehmt jetzt hier außen die Außenkante, legt die Fräse an. Und wichtig ist, dass die Anlagefläche, beziehungsweise die Tischfläche von der Fräse auch bündig mit dem Werktisch aufliegt. Und dann, natürlich auch Gehörschutz verwenden, das Ganze ist ziemlich laut, ist ja eine Fräse. Nun haben wir die beiden Fräsungen vorgenommen und ein 20er Flachtübel passt hier wunderbar rein. Jetzt nicht wundern, der Flachtübel hat links und rechts so ein bisschen Spiel, von der Höhe her nicht. So soll das Ganze sein. Links und rechts haben wir ungefähr 5 mm Spiel. Ich finde das Ganze ganz gut und ich glaube, das ist auch mit Absicht so gemacht. Denn wenn ihr einen Korpus oder etwas verleimt, könnt ihr von der Tiefe her noch variabel das Ganze verstellen und habt so ein bisschen Spielraum. So, dann nehmen wir das zweite Gegenstück. Und dazu dient ja eigentlich ganz, ganz gut dieser Anschlag hier. Wir legen das einfach wieder hin und nehmen unsere Fräse und setzen die auch hier wieder außen an und fräsen einmal links und einmal rechts. Und dann können wir auch Leim angeben. Wichtig ist, wenn ihr Leim angebt, ich empfehle euch das Ganze aus einer Flasche immer zu machen, damit ihr dann links und rechts von der Fräsung wirklich Leim angeben könnt, damit der Flachtübel auch wirklich schön im Leim drin sitzt und aufquellen kann und eine schöne feste Verbindungsart herstellen kann. So, dann steckt ihr diese ganzen Flachtübel rein und zack, wie soll es anders sein, passt das Ganze perfekt und außen ist das Ganze auch wirklich sehr, sehr bindig. Also eine sehr, sehr tolle, unsichtbare Verbindungsart. Und das war es auch gewesen von diesem Video. Ich hoffe, du hast jetzt Lust bekommen, solche stumpfe Verbindungen herzustellen. Das macht wirklich eine Menge Spaß und ist auch, wie gesagt, sehr, sehr einfach und für den Einsteiger zu empfehlen. Ja, ob es jetzt die günstige Fräse sein soll oder eine teure sein muss, das müsst ihr letztendlich selber entscheiden. Ich kann euch, wie gesagt, eine günstige empfehlen für den Anfänger vor allem und man kann sich ja Stück für Stück dann steigern. Ich besitze ja bereits eine Flachtübelfräse und diese hier, diesen Aufsatz, wohl bemerkt, möchte ich an eine Person von euch verschenken. Was musst du machen? Dieses Video hier kommentieren mit der Begründung, was genau du damit vorhast beziehungsweise was du bauen möchtest. Und ganz, ganz wichtig, wie gesagt, nur den Aufsatz, diesen Winkelschleifer hier, den brauche ich nämlich noch. Damit muss ich noch ein paar Projekte realisieren. Ja, und wenn du Neuling hier auf meinem Kanal bist, würde ich mich riesig über ein Abo von dir freuen. Das Abonnieren hier auf YouTube ist kostenlos und somit wirst du kein Video mehr hier verpassen. Denn jeden Freitag um 19 Uhr folgt dir ein neues Video von mir, entweder von Erklärvideos bis zu Bauprojekten oder bis zu Heimwerkerprojekten, je nachdem, was so auf meinem Kanal ansteht. Bis nächste Woche Freitag, 19 Uhr und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Mr. Handwerk.